Was geht, Freunde? Willkommen zum Finale von Mario RPG. Das wird auf jeden Fall das Finale werden. Also zumindest... Och, nee. Ich lad neu. Das ist blödsinnig. Ich hab keinen Bock auf den Fights. Sorry, Boys. Ich lad neu. Wir haben auf jeden Fall Domino... Wen haben wir noch besiegt? Ich hab keine Ahnung. Meth-Adder oder sowas. Wer bist du? Ich hab... Okay, ja, ja. Ja gut, wir haben im letzten Part schon alles eingekauft. So. Und das war eigentlich nur noch hier durch. Und ich glaube, das ist dann schon zu mir wie... Oder was auch immer hier. Hier... Hier ist der Bericht. So. Drillbohrer wird rechtzeitig fertig. Wir liegen im Zeitplan. Wir machen Smiffy stolz. Gute Arbeit. Umso härter wir arbeiten, desto stärker wird Smiffy. Die Waffen, die wir hier produzieren werden... Denkt mal daran. Wenn Smiffy Marius Welt übernimmt... Können wir tun, was wir wollen. Nee, he, he, he. Ha, 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 ha. He, he, he. Nicht so schnell. Täuscht euch mal nicht. Ich beherrsche diese Welt. Vergesst das nicht. Mario, Mak 2 und Jarodowicz 2, haben wir nicht aufgehalten? Nein, nein. Lasst Mario da raus. Um mich müsst ihr euch sorgen. Nicht um ihn. Mario, du machst gleich den längsten Sprung deines Lebens. Ignoriert mich nicht. He, he, he. He, he. Musik ist auf einmal saulaut geworden. Keine Ahnung. Äh. Warum ist die Musik zu laut geworden? Ich denke, das passt jetzt wieder. Ich mache das glaube ich aber wieder auf 40. Ja, die Hämmerer sind eh schwach. Die müssen wir auf, äh, auf jeden Fall als erstes besiegen. Ne, nicht auf dem Manager. Erst noch den hier. Ich finde die Waffe so scheiße, ne, den Ultra Hammer. Der ist voll der Blödsinn. So, so. What? Okay, es kommen also immer wieder neue oder was dazu. Na gut, dann lassen wir es lieber sein. Dann gehen wir direkt auf diesen Typen. Die machen eh kein Damage. Die machen halt gar nichts, ne? Die ziehen nichts ab, die Loser. Sag, Manager, what willst du? Bats. BAM! BAM! Die Hämmerer sind... Die Hämmerer sind... war der Stärkste. Das war das stärkste. von denen. Das war das stärkste. Ähm, nun. Mit der Mond über dem Tag ist mein Genie bei diesen Trotteln verloren. Haiku. Ähm, nun. Ach, der nächste Typ. Du, da bist du hier verantwortlich. Weißt du, was deine Waffen in unserer Welt getan haben? Stoppe sofort diesen Unsinn. Das ist leider nicht möglich. Jede Ablehung von Smithy wird mit sofortigem Einschmelzen bestraft. Äh, äh, Einschmelzen? Du kannst mir keine Angst einjagen. Ich habe Mario an meiner Seite. Unbefugte werden eliminiert. Was ist das für ein Deutsch hier, Sachama? Die Produktion geht weiter. Jetzt muss man erst mal die ganzen Manager... Oh, der hat aber... Okay. Der macht aber heftigere Sachen. Hämmerin. Ja, wir gehen einfach auch nur auf den Direktor, ganz ehrlich. Die sind schon ein bisschen stärker. Das muss man den lassen. Jawohl. Gut, dass es gemisst hat. Jawohl. Gut, dass es gemisst hat. Das hätte ich auch echt im letzten Part eigentlich auch noch alles reinhauen können. Aber gut, wir haben jetzt schon den nächsten Part gestartet. Wusste ich nicht, dass mich das hier erwartet. What the fuck? Geht auch nur noch 5 AP. Okay, das war mal knapp. Das war Rettung in letzter Not. Ich hasse... Ich hasse es. Der geht einfach nach vorne. Aber wirf deine... Wirf deine Bombe. Er schmast deine Bombe aus. Vor allem, der geht halt auch immer nur auf Geno, ne? Der Wichser. Kannst du mal aufhören, nur auf Geno zu gehen? Die ganze Zeit geht er nur auf Geno, dieser Wichser. Puh, Alter. Das ist knapp sogar diesmal. Bats. Dass der nicht stirbt, ne? Oh mein Gott. Okay, aber das passt. Wichser ist noch am Leben? Der Hektor muss doch irgendwann mal tot sein, oder nicht? Warte, Zeit, wie viel Leben hat dieser Typ? 140 Schaden. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Kann er jetzt mal sterben? Danke. So, jetzt müssen wir nur noch diese Hämmerinnen besiegen. Die sind ja, denke ich mal, keine Herausforderung. Das ist doch relativ leicht, denen auszuweichen. Once again, weil es so schön war. Jawohl. Bats in deine Pferdefresse. Bye, 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 bye. Once again. Du bist auch Robbhunde-Brei. Yeah, baby, yeah. Le, 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 once again. Yeah, denn, boom, sind wir hier. Bats. Ciao, Kakao. Äh, Mario braucht auf jeden Fall Power. Mellow, was brauchst du? Ich hab keine Ahnung, Spezial. Fürchterlich, aber wir können nicht mehr zurück. Wir müssen sie aus unserer Welt vertreiben. Ja, man, man kann hier speichern. Immerhin. Alle sind aber vollgeheilt. Okay, dann denke ich mal, dass es das Finale ist. Mario, ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Aber dies ist eine Sackgasse für euch. Weiter nähert ihr euch Smivy nicht. Also genießt den Moment. Ihr seid Vorteil für meine unglaubliche Erfindung. Den Gunjolk. Oha. Gunjolk. Ich weiß gar nicht, auf wen ich zuerst gehen will. Ich geh auf den rechten, denke ich, zuerst. Ja, der rechte ist stärker. Oha. Batz. Oha. Übertreib halt, du Penner. Ich geh trotzdem auf dich. Tornetz. Das ist diese gammelige Attacke. Ich hasse die. Oha. Was war denn das für ein Angriff? Voll der dumme Angriff. Hat man nicht mehr gekommen sehen. Bats, Alter. Was willst du? Fungustachel. Oha. Yo, Alter. Übertreib halt. Was zieht denn der so viel ab, der Wichser? Ich glaub, Mario ist tot. Ja, Mario ist tot. Safe. Lächerlich. Echt lächerlich. Was ist tot? Sehr gut. Was ist tot? Am раз. Was ist tot? Was ist tot? Was ist tot? Oh, ich hab's so kommen sehen, ey. Geil. Ich wusste, dass die auf Geno angreifen. Das war Glück. Mega sauber. Das geht aber nicht auf alle, oder? Das geht nur auf Geno. Oh, Alter. Geil. Jetzt kann ich nämlich Umamo machen. Jetzt ist jeder wieder vollgehalten. Das passt. Oh mein Gott, geil. Okay, Geno ist nicht vollgehalten, aber ihr wisst, was ich meine. Alter, übertreib halt, du Wichser, ne? Der Typ kann doch nicht mal so viel Leben haben, oder? Was wird... Ja, Peach ist tot. Kann man nix machen gegen. Lächerlich. Egal, wir können ja bei tot wieder einkaufen, denke ich. Also ich hoffe es zumindest mal. Was ist denn das für ein Angriff, du Bastard? Was ist denn das für ein Angriff? Ach, come on. Wichser. Ich benutze, glaube ich, Umarmung und dann benutzt man nochmal einen Hilf mir auf. Wir haben jetzt zweimal Hilf mir auf benutzt. also müssen wir zwei nachkaufen außer sein umsonst aber natürlich nicht so ein lächerlicher angriff das ist ein bisschen lächerlicher angriff du bastard alter wir haben aber eigentlich immer noch die rote substanz ihr könnt aber ist mir wie glaube ich gut gebrauchen jetzt muss einer überleben und zwar ein umsonst jawohl ich glaube ich mach genoblitz ganz ehrlich jetzt rast sich aus alter was ist denn das für lächerlicher angriff alter ich würde sagen wir machen therapie geno und genau macht dann hilf mir auf auf mario das ist so eine dumme attacke alter jetzt mal ohne witz drei hilf mir auf hilf mir aus benutzt okay die zwei doch nicht doch nicht perfekt alter das ist perfekt fuhr alter kannst du jetzt mal sterben alter danke sehr gut haben wir noch diesen penner hier das monster hat keine bp mehr das ist wundervoll das hört man auch gerne das hört man gerne tja leckt euch niemals mit uns an hier das ist nur eine frage der zeit bis des todes aber das ist doch echt kernbehindert das kann doch normal angreifen oder nicht das ist leider ein langweiliger kampf jetzt weil wir halt einfach das ist gar keine herausforderung mehr weil der hat keine bp mehr hat echo finde hoch gott wovon wo hat er jetzt die bp gefunden der penner wovon wo hat er jetzt gar nicht gerechnet dass er noch einen angriff macht das fließband hat nicht angehalten mario von hierher kommen die waffen hier macht's mir wohl seine waffen um das letzte sternteil zu finden und die fabrik zu stoppen müssen wir ihn erst besiegen mario es gibt nun kein zurück mehr bist du bereit unsere reise ist fast vorbei und wenn die zeit kommt kommt such mir die anderen teile ich glaube wenn ich auf den knopf drücke ist mir wie boss fight aber ich will jetzt erst mal jemand der items kaufen so wie viel habe ich benutzt zwei hilf mir aus und ich habe ultra pilze benutzt ja so müsste es passen aber ich meine wir können das im nächsten part machen na boys und girls nächster part smithy boss fight auf geht's man ja wir machen auf jeden fall smithy äh smithy boss fight glaube ich jetzt zumindest ich bin mir nicht sicher jungs ich habe keine ahnung ich schätze das irgendwie voll falsch ein ich dachte eigentlich jetzt würde smithy kommen aber doch nicht kein plan nichtsdestotrotz meine damaligen würde ich sagen das war's mit diesem part meine damaligen morgens nichts mehr tschüss